Hallo ihr Lieben, ja, wie ihr seht, habe ich mir schon meine Kalender hier wieder bereitgestellt. Und zwar wieder den von Christina und den von Manuela und natürlich den Ikea Adventskalender. So, und die App habe ich natürlich auch schon wieder aufgemacht und ich glaube, ich fange auch mit dem Ikea Adventskalender wieder an. Und wir tippen einmal auf los. Also hier haben wir auf jeden Fall die zwei. Und wenn ich jetzt die Kamera drüber halte bei den Mäuschen hier, eigentlich ist das die sieben, aber da tut sich was, sonst gucke ich mal. Ja, nehmen wir halt die sieben, ist ja nicht so gut. Achso, hier tippen. Okay, er galoppiert die Maus einmal los und ich öffne einmal das Türchen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier besser hinkriege als bei der eins gestern. Das war jetzt hier schon der sieben. Ja, das geht schon mal viel besser. Und wir hatten ja gestern gesehen, der Kalender ist ein bisschen schief, aber es macht nichts. Und hier haben wir heute so ein Sternchen, auch wieder mit unklau und weißer Schokolade. Und... Und damit ist auch so eine Art Nougat-Nougat. Ja. Und die sind ja eigentlich jedes Jahr lecker. Oh, da könnte ich mir glatt vorstellen, dass das ein Rezept ist. Was ist jetzt passiert? Für Skandinavier bedeutet Milchbrei, Gemütlichkeit, Winter und offenkundig Weihnachten. Gerade bei den Schweden ist die süße Reisspeise seit Jahrhunderten ein wichtiges Gericht, das ganzjährig serviert wird, jedoch beim Weihnachtsmenü nicht fehlen darf. Okay, dann kann man hier zum Rezept gehen. Und ich nehme mal an, das wird ein einfaches Milchreis-Rezept sein, oder? Genau, Rundkorn, also Milchreis, 300 Milliliter Wasser, einen halben Teelöffel Salz, 700 Milliliter Milch, eine Zimtstange, anderthalb Esslöffel Zucker, 15 Gramm Butter und gemahlener Zimt zum Bestreuen. Und ich zeige es euch einmal. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Für die Kamera bitte einmal scharf stellen. Ich glaube, besser wird es nicht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, und ich würde sagen, für mich ist das ein klassisches Milchreis-Rezept. Wobei hier steht, nicht umrühren und aufpassen, dass der Reis nicht anbrennt. Den Reis zugedeckt bei geringer Hitze warm halten, bis die Milch vollständig aufgesogen wurde. Aha. Und das ist der einzige Unterschied. Es wird wesentlich länger gekocht als unser Milchreis. Und hier unten ist ein Plus. So ein Play-Zeichen. Und ich gucke mal, vielleicht gibt es ja dazu noch ein Video sogar. Achso, nee, da geht es dann weiter. Im Rezept einfach. Und ja, den Topf dann vom Herd nehmen und dann nochmal quellen oder ziehen lassen. Dann Zucker und Butter unterrühren. Warm mit Zimt bestreut servieren. Ja, wie gesagt, eigentlich ein Milchreis-Rezept, nur eben viel länger gekocht und dadurch wie ein Brei. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Ja, schön, dass es hier auch Rezepte drin gibt. Der kommt wieder an die Seite. Und heute fange ich mal umgekehrt an. Und hier sind Stifte auf jeden Fall drin. Entweder auch wieder Bleistifte oder, weiß ich nicht, das hier. Das ist wie so ein Fläschchen. Keine Ahnung, das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich irgendwie auch an wie eine Flasche. Glaube ich aber irgendwie nie, weil es relativ leicht ist. Und ich habe den großen, viereckigen Deckel oder so. Ja, ich gucke einfach rein. Aber ich glaube, mit den Stiften liegt es auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall ist es super gut zugeklebt. So, und aha. Das Teil, ah, To-Do-Liste. Das ist ein Stempel. Und da hat man hier so eine To-Do-Liste. Und dann geht man einmal so auf ein, hat der hier jetzt Stempelfarbe drauf? Er hat anscheinend. Also man muss erst in Stempelkissen und danach kann man eben irgendwo hinstempeln. Und dann hat man hier eben so eine To-Do-Liste. Und kann dann da kleine Sachen reinschreiben und abkreuzen. Also es ist zum Beispiel cool, wenn man sich so ein, ach, sag doch schnell, ein Planer oder so machen will. In klein, also in Kalenderform. Zum Beispiel den Kalender, den ich gestern bekommen habe von Manuela. Da würde das gut reinpassen. Weil das ja so kleine Kästchen waren. Dann könnte man sich für manche Tage so ein To-Do-Ding, für die Woche zum Beispiel. Und dann kann man sich das immer abkreuzen. Ja, das ist eine Flasche. Tatsache und zwar ist das eine Flasche eigentlich für E-Zigaretten, für Liquids. Mir ist diese Flasche allerdings für Liquid viel zu klein. Weil ich nehme nämlich immer diese Riesenflaschen. Da habe ich nämlich länger was von. Da muss ich auch nicht so oft mischen. Aber damit kann man natürlich andere coole Sachen machen. Ich kann da Farbe zu anmischen. Und hier vorne hat man ja so einen Tropfer. Und dann kann man da so gezielt Pünktchen zum Beispiel setzen. Dafür würde ich das auf jeden Fall benutzen. Also nicht für Liquid. Aber trotzdem kann man natürlich solche kleinen Fläschchen immer gut gebrauchen. Und wie gesagt, diese Tropfer vorne, die sind echt praktisch. Normal sind die gedacht, dass man, ich zeige euch das mal. Dass man eben hier in diese Teile zum Auffüllen, dass man da gut reinkommt. Da passt halt dieses Teil super rein. Und dann kleckert man nicht überall rum. Aber genau. So. Und wie ich schon sagte, Stifte. Und ja, wie gesagt, Stifte. Ich kann wirklich nie genug Stifte haben. Und das ist wieder hier so ein Bleistift mit so einer Mine, wo man halt hinten drauf drückt. Und so sieht der aus. Schwupp. Mal ins Bild halten, ne? Und dann haben wir hier noch einen. Und dann muss ich mal gucken, da ist vorne. Ach so. Das ist im Deckel. Hat der hier so einen, so einen Schutz noch mit drin. Schwupp. Dass die Mine noch vom Austrocknen geschützt ist. Das ist auch cool. Und ich denke, das ist so ein Fineliner. Guck mal mal. Ja, genau. Das ist so ein Fineliner. Und der malt wirklich schön fein. Ja, und da seht ihr mal, dass ich überhaupt gar nicht malen kann. Also nicht mal irgendwas gut nachzeichnen oder so. Ja, damit habe ich es einfach nicht. Kein Talent für, leider. Ja. Und der ist einfach hier mit so einem Farbverlauf. Ja, auf jeden Fall schick. Und Sachen, die man auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Vielen Dank, meine Liebe. So, und wir kommen zu Manuela mit dem Päckchen Nummer zwei. Ich nehme das hier gerade mal an. Oh, das glänzt alles. Ja, sie hatte mir gesagt, dass sie alles in Zeitungspapier verpackt. Der Umwelt zuliebe, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich mag zwar immer gerne Weihnachtssachen mit Weihnachtsgeschenkpapier. Aber, wenn ich was verschenke, auf jeden Fall. Aber ich finde das völlig in Ordnung, dass sie da an die Umwelt denkt. Das sollten wir viel öfter tun. So, und ich schaue mal. Ach, cool. Guck mal, Idechen. Ja, sie weiß natürlich, dass ich Igel total liebe. Und hat mir hier zwei solche Tütchen mit einem Igelchen drauf eingepackt. Und dann hat man noch ein süßes Schild, auch wieder mit einem Igel, wo man dann auf der anderen Seite nochmal was drauf schreiben kann. Ja, mega süß. Ja, muss ich mal gucken, wer die bekommt. Die werde ich bestimmt nicht so schnell verschenken. Sie hat mir auch letztens Fotos geschickt. Sie hat nämlich einen kleinen Igel, weil ich zu Gast im Garten. Der war auch mega süß. Ja, vielen Dank. Ja, und auch heute habe ich wieder eins von meinen Rotbäckchen-Säften. Und hier ist Sehkraft mit Beta-Carotin mit Vitamin B2 und das ist zur Erhaltung der Sehkraft. Ja, und die Dinger sind halt wirklich immer erstens sehr lecker und zweitens, ja, sind die immer voll mit Vitaminen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so eine große Flasche hole, dann mische ich mir die eigentlich immer eins zu eins mit Wasser, weil mir die eigentlich ein bisschen zu süß sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich bei DM bin, dann hole ich mir meistens eine kleine Flasche und die ersetzt dann mein halbes Frühstück sozusagen, also Müsli-Riegel und das und das war dann mein Frühstück. Und wenn ich es eilig habe und viele Wege habe, dann mache ich das immer. Genau, und den werde ich natürlich gleich trinken und werde auch meine andere Hälfte noch von meinem Schoki aufessen. Ja, ihr Lieben, das war mein Türchen Nummero zwei und ich sage bis morgen. Tschüss!